Hallo und willkommen bei Hartverrat. Hier die Technik-News der Kalenderwoche 5 2022. Die Gerüchte zum RDNA 2 Refresh verdichten sich. Entweder bringt er die 3090 Ti, das darf AMD nicht auf sich sitzen lassen und bringt dann deswegen auch die 6950 XT laut Leaks. Aber auch die 6750 XT soll kommen. Ob es eine 6850 XT geben wird, ist unklar. Eine 6650 XT soll es wohl nicht geben. Es gibt mehrere Gerüchte zum Release, alle sind so zwischen Mai und Juli. 2022 soll ja eigentlich auch RDNA 3 noch erscheinen, allerdings ist es wegen der Chip-Krise natürlich nicht klar, ob das auch wirklich so eintreffen wird. Es gibt jetzt Notebooks mit dem Intel i9-12900HK Prozessor und die Tests sehen auf jeden Fall sehr gut aus. Der 12900HK ist das stärkste Notebook-Modell, bis jetzt auf jeden Fall, mit sechs Performance-Kernen und acht Energiesparkernen. Der Basistakt liegt bei 2,5 GHz und der maximale Boost-Takt, halt bei einem Kern, bei 5 GHz. Gegenüber dem vorherigen Top-Modell der 11er-Generation ist er ungefähr 20% schneller, also 15-20%. Kommt allerdings auch aufs Notebook und die Kühlung und die damit eingestellte TDP natürlich an. Krass ist, der Prozessor ist in einigen Szenarien sogar 30% schneller als der Apple M1 Pro. In einigen Szenarien sind sie ungefähr gleich schnell, in anderen Szenarien ist er minimal schwächer. Im Durchschnitt ist allerdings der Intel-Prozessor schneller. Die Leistung gibt es allerdings nur zu einem Preis und das ist der Stromverbrauch. Der Apple M1 Pro Prozessor, da weiß man nicht so ganz, wie viel Strom die CPU-Kerne verbrauchen auf Höchstlast. Verschiedene Tests haben ergeben, so irgendwas zwischen 40 und 45 Watt. Der Intel-Prozessor wurde hier getestet auf 85 Watt. Hier ist der Apple-Prozessor also natürlich noch effizienter. Allerdings ist es natürlich auch noch so ein bisschen schwierig, weil Apple lässt ja im sehr guten TSMC 5-Nanometer-Verfahren fertigen, während Intel den Prozessor im Intel 7, also der 10-Nanometer-Prozess von Intel, gefertigt ist. Hier hat also Apple auch noch einen Vorteil, was die Fertigung angeht. Alles in allem ist es natürlich eine gute Verbesserung, was Effizienz angeht. Es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Nächste News, der letzte bundesweite Katastrophen-Alarm-Test ist ja nicht so gut gelaufen. Und deswegen will man da ein bisschen umdenken und auf den Cell-Broadcast umswitchen, was die meisten Länder auch nutzen. Und das soll dieses Jahr dann auch getestet werden. Wann ist noch nicht klar und auch die Netzbetreiber wissen noch nicht, wie, wann, wo. Allerdings soll noch 2022 der Test anstehen. Was ist der Cell-Broadcast? Das wird von allen Funkzellen dann abgesendet, wo es abgesendet werden soll. Also wenn ein Katastrophen-Alarm ist oder ähnliches, es muss nicht deutschlandweit sein. Es kann auch nur gebietsweise sein, zum Beispiel wegen Hochwasser oder so. Und es senden dann die Funkzellen ab und euer Handy empfängt es dann. Das ist egal, ob das dann vom Telekom-Netz kommt, O2-Netz oder ähnliches. Euer Handy empfängt es dann, selbst wenn das stärkste Signal von der Telekom kommt und ihr seid zum Beispiel eigentlich bei O2 oder so. Das ist dann egal. Dabei spielt dann euer Smartphone einen besonderen Warnton ab. Das ist dabei egal, ob euer Smartphone stumm geschalten ist oder nicht. Dieser Warnton wird dann abgespielt und dann kommt auch die Benachrichtigung aufs Handy. Es ist einfach dafür gedacht, ein Notfallsystem, damit es auch wirklich jeden erreicht. Facebook verliert erstmals Nutzer. Die täglich aktiven Nutzer auf Facebook wurden weniger und die Umsatzprognose ist auch gesunken. Deswegen fiel der Aktienkurs um satte 23 Prozent. Der Dachkonzern von Facebook, Meta, hat gesagt, sie möchten künftig stärker auf Reels setzen. Also auch Kurzvideos, so wie YouTube, um TikTok-Konkurrenz zu machen. Zwar verdient man da weniger an der Werbung, beziehungsweise die Werbeplätze sind nicht so gut bezahlt. Allerdings ist es wichtig, um seine Nutzer auch an die Plattform zu binden, beziehungsweise sie nicht an TikTok zu verlieren. Natürlich wird das erstmal den Gewinn drücken, aber langfristig sollte das die bessere Entscheidung sein. Auch WhatsApp und Instagram haben einen geringeren Nutzerzuwachs als noch vor einem Jahr. Und ein Umsatzrückgang ist insgesamt auch da. Hier wird die Schuld besonders auf Apple geschoben. Denn durch die neuen Privatsphäre-Einstellungen bei den Apple-Geräten kann Facebook weniger Daten sammeln. Und dadurch ist die Werbung nicht so gut auf den Nutzer zugeschnitten. Und deswegen kann man dadurch auch weniger Umsatz generieren. Also genau das, was Facebook damals gesagt hatte, beziehungsweise als Meta, dass sie es scheiße finden, keine Daten sammeln zu dürfen. Und Apple ist so, pff, mir egal. Aber wo Apple? Von Good-Guy-Apple zu Bad-Guy-Apple? Die Niederlande hat mal entschieden, dass es nicht zulässig ist, von Apple den Dating-Apps auf Apple-Geräten ihren eigenen Bezahldienst aufzuzwingen, also den Apple-Bezahldienst für In-App-Käufe aufzuzwingen. Da haben nämlich Dating-App-Anbieter geklagt gehabt, weil sie es extrem scheiße finden, natürlich 30% an Apple abdrücken zu müssen für jeden Verkauf. Apple hat aber auch keinen Bock mehr, diese, ich glaube, wöchentlich 5 Millionen Strafe zu zahlen. Deswegen sind sie den Entwicklern entgegengekommen und haben gesagt, Dating-App-Anbieter dürfen jetzt auch eigene Zahlungsarten hinzufügen. Allerdings muss dann ein Dating-App-Anbieter jeden Monat oder jede Woche Umsatzberichte an Apple geben und Apple möchte dann 27% vom Umsatz abhaben, den sie mit anderen Zahlungsanbietern dann generiert haben. Wahrscheinlich fliegt man sonst aus dem App-Store oder irgendwas. Also man muss nicht mehr diese 30% von dem Apple-Bezahld-Service bezahlen, sondern kann dann auch PayPal oder so selbst einbinden, aber soll dann Umsatzberichte an Apple schicken und dann 27% von dem Umsatz, jetzt zum Beispiel, den man über PayPal gemacht hat, dann auch an Apple-Blechen. Ich glaube, das gibt noch mal eine Klage 100 pro. Und zu guter Letzt, die RX 6500 XT von AMD ist ja nicht so gut angekommen und jetzt kommt noch die RX 6500 Non-XT raus. Sie ist wahrscheinlich sehr ähnlich zur OEM-exklusiven RX 6400, so davon ausgegangen, dass sie 4 GB Videospieger hat, auch ein 64-Bit-Interface, auch PCI-Express 4.0 X4-Anbindung und 768 Shader-Einheiten. Also auch mal wieder eine sehr kleine Einstiegs-Grafikkarte. Das war es dann aber auch mit den Technos wie diese Woche. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr sagt, geht dem Video einen Daumen hoch. Wenn ihr wollt, lasst ein Abo da. Dann bis zum nächsten Video.